Hast du denn jetzt mal ne Lobby aufgemacht? Ja, warum geht ihr nicht rein? Bevor du meckerst, komm mal in die Lobby, ne? Das war gut zu sagen, stimmt. Ist jetzt einer auf? Mach wieder die scheiß Map, Alter, was machst du denn da? Ja, zum Aufschluss. Nimm doch mal ne andere Map. Na. Machen wir lieber 10 Runden im Kreis fahren. Da kannst du auch den Chat lesen. Und drück doch mal bereit da, ey. Ja, wenn es gehen würde. Scheiße da. Der Kay muss ja noch bereit drücken, ne? Man, immer das selbe mit euch hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Warum geht das nicht? Ich kann nicht. Ja, Kay, du sollst Caps Lock ausmachen. Kommt ihr mal alle mit, mein Alter. Man, Kay, du mach hin. Hat er doch. Mach mal bitte jemand anderes hier für den Kayshed Alarm. Der ist dafür irgendwie zu inkompetent. Chat Alert. Super, ja. Chat Alert, Alter. Illuminate, es läuft, ne? Oh, warte. Ist es die Map jetzt vom Dead Forest, oder? Nein. Nein. Ach, Gott sei Dank. Aber warum? Ist ja die Map, wo ich erster wurde, oder? Ich will mitmachen. Nein. Das ist voll unfair. Ich sterbe ans Letzte. Das ist doof. Perfekt. auch. Es ist nicht. Ich wollte diesen Entschleunigung haben, jaja. direkt geht das theater los hier warum ist denn denn alle so schnell scheiß hacker ich bin hinter dir jetzt sag mal nix da kriegst ein bisschen was ab nix krieg ich ab ich hab das schild benutzt wie dann überholt ich die schild ja zehnter platz nicht dein ernst was macht eigentlich schon mal genau das ist so ekelhaft du bist komplett ausgebremst abstand an die 2000 meter nein sind 1 50 cool bleiben cool bleiben du arschloch du hast mich untergeschubst alter wie schnell der k-elb ne krasser bossfight kannst du bitte einmal komplett vorlesen äh user name ja ja ich will zum was meine helden irgendwer macht irgendeinen raubüberfall und passt schon krass danke blauer eingeläht hier ist es eigentlich intelligent was wir da machen alle rasten hier innen fahren oder weil ich habe sie ja warte ich komme auf das ist nicht intelligent gell fällts halt schnell runter ne achso der ist hoch und schießt nach unten nein siehst du ich bin runtergefallen was ich bin 8 meter weg was ich bin 8 meter weg was ich bin 8 meter weg oh god oh god du hättest boah der war das welcher hundling nicht so mein ganz wohl der b-b-b-b-b-b-schwert ist schon wieder hier ja ach guck mal da ist der k er ist halt noch wählerricht mach den Platz ja ich muss erstmal rankommen aber mach den Platz ooooh joooh Alter was ist what the fuck ich habe das Wort jetzt laut Das muss ein Bug sein. Warte, warum bin ich jetzt Zehnter? Alter, wurde mir verraten. Asozial, asozial. Kannst du überhaupt nicht Zehnter sein, weil du vor mir bist? Oh nein, ich habe mich verabschiedet. Das müssen wir hier alle überholen, das kann doch nicht wahr sein. Stimmt die Position jetzt, weil ich bin Fünfter? Also ich weiß es nicht. Weil ich bin Erster. Ah, crap. Und was, wie bist du denn jetzt vom Flug nach der ersten gekommen? Innerhalb von einer Sekunde. Jetzt seh ich dir gleich, wenn ich wieder nah an dir bin. Jetzt seh ich dir mal ein Schäfer-Stützchen. Ist heute ein ruhiger Stream, das seh ich genauso, Bia. Ja, sehr ruhig. Ein bisschen Infant-Auto fahren haben wir uns gedacht. Ich glaube du hast einen neuen Follower, guck mal in den Chat. Nein, ich habe den. Dafür gibt es ja einen Leard. Was, finden uns dann aber 48 Zuschauer? Eile Scheiße, das ist ja da. Streamer-Rekord. So wenig heute. Nur 48. Das funktioniert. Da los. Sind die alle hin. Wer war das? Wer war das? Welcher Homo? Wer? Nee, keine Beleidigung hier, du Arsch. Entschuldigung. Welcher Assi. Das letzte Runde? Ach, guck mal hier. Och. Nee. Es ist blau schon wieder. Bedeutet das was? Es ist so richtig blau, Junge. Oh scheiße. Nee, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich habe mir gesettet und dann von 2 auf 10. Und im Ziel. Das war es schon. Alter, im letzten Runde werde ich nur noch 5 da. Ich war die 1.3 da noch. Ist das eine Scheiße? War es 1.87-Zustau? Ja, ich verstehe es auch nicht. Benutzernamen, warum bist du jetzt wieder 10 da? Mit folgenden Worte möchte ich mich gerne verabschieden von der Runde. Illuminat, halt die Fresse! 었 Ok, Foses, 20 30 30 31 30